so ihr lieben zurück beim worgenend let's play hoffe ihr hattet einen schönen samstagabend schönen samstag nachmittag nun sind wir bei sonntag angekommen und ich hoffe ihr hattet schönes sonntagessen und es war lecker erstmal hier würde ich sagen genau das was ich das ist dass was your name you're dead because we failed to catch whoever is bringing guns in you're dead because i failed now all i can do is look for your killer like i'm still a detective but why you and the girl what's going on rucksack und ich habe ja wir machen erst mal den rucksack dann sag ich mal was und wieder einstellen der war ja klar machen wir das erstmal ja das sieht eigentlich ganz gut aus ist doch fast so eigentlich so what about her salmer anderson park roster has the girl listed as her daughter but doesn't say if pavel was her husband and now she's gone into thin air an entire family just just like that and i can't answer the most important question why kühl da haben wir jetzt nichts mehr ne ja kommen wir doch mal dort reingucken ja ich hoffe ihr hattet am wochenende schön spaß gehabt und ja wir haben ja schon mittlerweile wird doch sonntag und morgen geht es dann wieder arbeiten deswegen entspannt euch bei meinem video kommen wir hinter noch mal tür zu machen oh oh das ist schon nice so ja 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 langsam komme ich dahinter das ist doch schimmel ist doch bestimmt schimmel oder gas herr glaube ich mal oder ja doch ist ein krasser ja freilich klar man sieht doch hier die gasflamme auch heiko schönes aussie geschirr wer aus dem osten kommt kennt das blumen geschirr natürlich müsste kennen und die komischen das trompetenblech sagt immer dazu was aus dem osten gab trompetenblech löffel und ich komme aus dem osten natürlich ihr hört es ja selber selbst so eine tasse ja gut halten wir uns jetzt mit den details nicht auf doch mal wir uns mit den details aufhalten nö so wir gucken wo wartet das mit der schlüsselkarte weil die haben wir jetzt das oben oder um aber guck mal hoch hoch die schritt durch und ymmenzen alles so ist hier jetzt noch hier was angezeigt jetzt Ja gut, dann machen wir das mit der Schlüssel, mal sehen was da passiert. Ah, oh, welche Taster worden und das? Ach, hier hat die Zapp. Also die Laubbäume sind es wirklich, sie sind ja Laubbäume aber am Herbst. Weil die so rot sind, ne? Gucken wir uns mal her noch bisschen. Ok, die Kräden sind wirklich überall. Was ist denn das? Bauhelm, oder was? Kippen. Da liegen überall Waffen rum. Eine konnte man nehmen. Und die schönen Radius. Wow, wo sind wir hier? Ja gut, dann gucken wir uns mal hier in den Gelände bisschen um, was ich sagen. Oh, hier! Bratwurst! Oh, jetzt geht's. Eine Bratwurst! Oh, Bruton. Oh, Bruton. Ja, gut. Das hat noch ein schönes. Ach, schon mal ein bisschen. Da blinkt schon was. Das ist auch was. Da hin. Oh, Gott. Was ich tun? Oh, 12 September weckt Erinnerung. Ja, da bin ich auch schon mal gespannt, wo die Waffen herkommen, ne? Zeltlauch. Weckt auch Erinnerung. So. Oh, sorry Leute, das war gerade mein Handy. Sorry, sorry, sorry. Ich hoffe, mein Herz hat es nicht so im Video gehört. Oh, geht los. Hm, was gibt's denn hier auch schon? Tusen. Was ist das? Wenn wir zuerst kamen, bin ich glaube, dass die meisten von ihnen geliebt waren. Dann mussten wir die Essen, damit wir es rasschen können. Dann mussten wir auf die Entfernung, bevor es rasschen können. Wenn wir auf die Entfernung haben, dann haben wir uns lieben. Und wer kann sie schiefen? Köln? Stoffrollen? Köln? Viele Stoffrollen? Und wo sind das? Ich glaube das entdecken. Sorry, Froschenmalz. Ich glaube das entdecken. Na gut. Köln? Da blinkt was. Ach, war ja klar. Ah, fast. Jetzt, ah! Drugs and Weapons. Peels, Needles, Powders, Uppers, Downers, Sheaves and Switchblades. We've been confiscating this stuff for a long time now. But more of it keeps finding its way in. I can't help but wonder if there's a central supplier. Also, Waffen, Drogen. Wochenendpartymacher. Wow. Acker. Das ist ein Acker, oder? Cool. 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 Naja, was so cool ist? Ja, das finden wir noch raus. So, da gucken wir mal. Wollen wir hier runter gehen? Ja, klar. Draußen... Ja, doch. Draußen haben wir ja noch ein paar Gebäude auch gegeben. Mal hier runter. Hm, 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 hm. Ja, doch. Wir gucken mal. Lassen wir hier schönes finden. Oder nicht. Ach, ich finde die Atmosphäre finde ich eigentlich ganz cool. What? Da ist der Schädel. Der Kopf, den wir am Anfang gesehen haben. Cool. Da wollen wir da drüben. Das ist ja riesig. Da muss ich was... Ja, mal gucken. Was das Spiel noch so bietet. So. Wie ihr sagt, am Wochenende wollte ich mal so ein ruhiges Spiel immer machen, ne? Wenn ich glaube, wenn man so schönen Kater hat, zum Wochenende, wenn wir gefeiert hatten, dann überlege ich... Was? Ja, das... Ja, das... Das haben wir doch gestern gemacht. Wo man baut, die Feierung war. Haben wir ne Büchse aufgemacht. Und haben was getrunken. Nee. Wir machten... Wir machten jetzt heutzutage noch eine Büchse auf, wenn man Party macht. Macht man doch nicht mehr. Man bestellt strengst Antotheker. Ja. Die machen das so. Nee. War ein Spaß. Oder ist ein Spaß. Ich glaube, ihr kennt das gar nicht mehr. Wir haben früher... Also, wo ich jetzt so noch so Spandal so Party gemacht habe. Hier so am Wochenende und so. Da habe ich mich noch mit Leuten im Park, in einen Park getroffen. So. Und da haben wir Wein getrunken. Da haben wir Energydrinks getrunken. So. Wir gucken aber mal trotzdem weiter. Weil ich abschweifen von den Spielen. Ich will ja jetzt nicht so tausend private Sachen erzählen. Klar feiert jetzt ein Spiel. Ich will mehr erfahren. Ich will mehr erfahren. Wir gucken nach den Spielen. Nicht was wir wochenend so getrieben haben. Oh, die grüne Mitte. Cool. So. So. Hier blinkt schon bitte was. Guck mal, ob ich was aufmachen könnte. Nee, können wir nicht. What? Boah. Blenden uns selber und Spiegel. Ja, gut. Dann nehmen wir, dass wir mal jetzt sind. Und die Krähe. Ach Gottchen. Oh. 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 Cool. Ja gut. Und wieder einstellen. So. Ja. Zu viel. So. Ja. 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 Es gibt so viele, die zu verabschieden, zu spüren, die zu verabschieden. Die Soldaten sagen, dass sie nicht gesehen haben, aber was, wenn sie es verbunden hat? Darwaza, Pavel, die Frau. Alles ist weg, und es gibt etwas, was ich nicht sehen. So, das machen wir jetzt noch, und dann... So. Wir haben gespeichert, und da wird ich sagen, wir sehen uns am nächsten Samstag wieder. Wenn ihr das wollt, natürlich, ne? Und... Ja. Gut. So, jetzt sage ich das erste Mal Tschüssi, und ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Startet schön rein, guckt auf meinen Kanal. Da kommt natürlich wieder Fallout Aion Lascaus. Und ja, ansonsten sehen wir uns am Samstag wieder, und viel Spaß. Und ich sage rasch mal Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü